Das Zementwerk Schelkling besteht seit über 100 Jahren. Ursprünglich spricht man hier von zwei unterschiedlichen Standorten, bis man letztendlich diesen Standort aufgrund von Modernisierungsnotwendigkeiten schließen musste und dafür diese neue Ofenlinie hier am Standort in Schelkling errichtet hat. Der Standort in Schelkling wurde 1976 circa in Betrieb genommen und verfügt derzeit über eine Ofenleistung von circa 3500 Tonnen Klinker. Wir betreiben hier unterschiedliche Malanlagen, die letztendlich als Kugelmalanlagen ausstaffiert sind von der technischen Seite her. Diese wiederum dienen für den eigentlichen Zementherstellungsprozess, in dem weitere Zuschlagstoffe neben den Klinker zugegeben werden um den Zement, der am Ende des Tages hergestellt wird, sowohl in loser Ware, wie auch als Sackware abzubilden. Stellen wir ab auf das Produkt Zemat. So muss man sagen, seit 1987 setzen wir unterschiedliche Zemat-Stände hier am Standort ein. Insbesondere bei der neuen Ofenlinie sind wir natürlich darauf erpicht, auch den letzten Stand gerade für eine moderne Ofenanlage hier applizieren zu können. Und aufgrund dessen setzen wir auch die Version V.9.0 hier am Standort ein. Das Hause Heidelberg Zement und letztendlich auch der Standort selber arbeitet seit vielen, vielen Jahren mit dem Hause Siemens zusammen. Und natürlich auch mit den unterschiedlichen Produkten. Bezogen auf die Leitstandtechnik ist es für uns wichtig, dass letztendlich nicht nur die technische Kompetenz gegeben ist, sondern auch wir unsere Bedürfnisse abgebildet bekommen für den eigentlichen Produktionsprozess. Die Komponenten aus dem Hause Siemens sind dafür mehr als gut geeignet, insofern, weil wir auch langjährige Erfahrungen mit dem Hause Siemens und deren Produkte reinhaben. von der bandiell Asseher von der Band